willkommen zurück zu game dev tycoon und diesmal auch die letzte folge also ich meine ich merke schon selber dass ich immer wiederholt in letzter zeit alles und das einzige was ich jetzt noch zeigen möchte sind mmos was ich ja schon sehr oft angekündigt habe aber leider nie hinbekommen im sinne von weil wir keine engine hatten dafür gut was eignet sich für mmo denn ja gut da könnte man doch mal ein zombiespiel machen wie nennen wir es denn der zombie gang genau zombies ist geeignet für erwachsene perfekt genre action ist gut abenteuer ist wahrscheinlich auch gut ist schlecht ok rollenspiel simulation ok strategie action rollenspiel action können wir mal probieren bei ich würde sagen wir machen es andersrum zuerst rollenspiel und dann action so großartige kombination ja klasse die mbox next auf jeden fall mmo anhaken nicht vergessen ja wir haben ja kein abenteuer das passt dann können wir noch dies web machen was ich gerade vergessen habe ist stopp uhr zu stellen ja das muss ich jetzt kurz machen ich werde eh eine überfolge machen also wenn es jetzt mehr als 20 minuten geht aber ich will trotzdem ungefähr wissen wie lange ich jetzt gebraucht habe ok genau die e16 haben wir ja bei der letzten folge frisch gemacht wegen mmo und man merkt mmo ist entsprechend teuer also wir zahlen fast das ungefähr 3,5 fache vier fache für die entwicklung dort ist passt soweit los geht's können wir eigentlich forschung machen ja eine konsole können machen was jetzt nicht so sinnvoll ist aber wir können eine spiele messe machen machen auf jeden fall genau gameplay ist wichtig engine müssen wir raten da würde ich sagen weniger wichtig so 20 prozent dafür story quest schon ein bisschen wichtiger also ich meine ich würde sagen 50 50 bevor ich jetzt hier was falsches macht dafür machen full motion raus genau video wiedergabe die features kann man alle reinpacken und fähigkeitsbommerk ne passt noch nicht ganz rein egal die characters noch richtig verteilt er macht engine store requests passt also von der aufgabenverteilung her ob es jetzt gut ist was wir gemacht haben ist natürlich eine andere frage und was ich jetzt noch erwähnen wollte klar wenn man jetzt neue spiele entwickelt und die auf der eigenen konsole natürlich vertreibt desto die verkaufszahlen der konsole natürlich auch ein bisschen pushen habe ich jetzt ich habe in den letzten zwei folgen falsch gesagt okay das ist wichtig machen wir gameplay ist wichtig ja wobei es war wichtig genau aber trotzdem also hier die star system bringt gerade pro woche 100.000 und wir zahlen 2,8 pro monat also deutlich mehr oh das wird jetzt schwierig check long ist überlastet das problem ist der macht auch künstliche intelligenz was hat er hat doch nicht mehr künstliche intelligenz zu suchen das problem ist ja mal zu hohe auslastung es könnte höchstens der nolan machen weil der auch dialoge macht oder nolan ist aber da muss ich künstliche intelligenz machen kann dann passt ja genau künstliche intelligenz er macht auch dialoge das passt level design ok das passt das passt ja gut eigentlich features kommen keine weiteren rein machen das geht von der prozentzahl an nicht ja gut dann machen wir das mal so genau mmos unterscheiden sich von den einnahmen her von anderen spielen deswegen wie schon immer bei heutigen in mmos im real life sieht man muss halt immer wieder addons rausbringen DLCs neue gebiete weil sonst gehen halt die kunden ja ein bisschen weg weil sie halt uninteressant wird also man muss halt immer neue features machen und das ist nicht so bei einem großen spiel oder triple a ich meine triple a ist wie der witcher 3 würde ich jetzt mal behaupten das hat einen langzeitfaktor und tut sich auch gut verkaufen bei mmos ist jedenfalls in game dev tako ein bisschen anders gut das heißt ich würde sagen 180 50 so wenig story quests macht er macht sound spielwelt macht der alex die grafik macht die paula passt das heißt nee das passt ich glaube wir tun uns jetzt wir tun wir vertun uns jetzt hier ein bisschen aber ich will es dann ein bisschen hinter mich bringen genau nach dem entwicklung der spiel sind alle mal wieder in urlaub und ich habe die spiele messe das reicht gar nicht zeitlich also bevor die entwickelt und anläuft sie mit dem spiel schon durch aber was ich zeitlich natürlich jetzt reicht ich kann natürlich jetzt auch noch ein addon hinterher entwickeln was ich jetzt auch machen werde weil sonst wird die folge ein bisschen kurz sehr kurz sogar genau das heißt wir können hier noch mal noch mal eine spiele messe machen die wird am besten vielleicht fertig wenn wir die bugs gefixt haben so vom tempo her und dann sehen wir weiter jawohl action spiele scheint angesagt zu sein und wir entwickeln gerade action spiel ja action rollenspiel ist dasselbe aber wir entwickeln es das heißt es wird sich auf jeden fall besser verkaufen als das letzte spiel was ich eigentlich mal gar nicht so schlecht verkauft hat eigentlich und die bug fix dauern natürlich ewig weil die immer nur einen bug nacheinander fixen können und nicht gleich drei oder vier gleichzeitig ist auch ein kleiner schwachpunkt des spiels finde ich also ich meine ja nachher hat man halt ein triple a spiel das hat dann kann 1000 bugs und bis die erstmal durch sind die alle schon mal erschöpft bug fixen was jetzt nicht so schön ist die andere4 aus und aus veröffentlichen in den urlaub schicken in den urlaub schicken in den urlaub schicken und sie noch in den urlaub schicken jawohl zogen zu Günther Oh mein Gott, das wird ein gutes MMO. Okay, wird sich verkaufen. Wir können nur eine Spielemesse machen, das machen wir auch. Und eine Konsole entwickeln lohnt sich nicht. Genau. Und sie beginnt in vier Wochen. Ah, genau, das müssen wir leider erst erforschen. Wo ist das? MMO-Erweiterungen. Ah, Erweiterungspaket, genau. Wir müssen erst mal Erweiterungen entwickeln. Und wie ihr seht, die Einnahmen unterscheiden sich. Rot sind die Unterhaltskosten unseres MMOs und grün die Einnahmen. Das heißt, im Vergleich zu anderen Spielen hat eine MMO laufende Kosten. Das heißt, wir müssen immer neue Add-ons rausbringen, Erweiterungen, damit die Verkaufszahlen wieder in die Höhe schießen und die Kosten überdecken. Weil sonst können die Kosten einen sehr schnell wieder einholen, was nicht so schön ist. Ich spreche aus Erfahrung. Also ich habe ja schon mal erzählt, ich hatte, bevor ich das mir jetzt auf Steam aktiviert habe, die Handelsversion, da hatte ich mal wirklich ein Game, da hatte ich einen Spielstand, da hatte ich jetzt wirklich sehr viel Geld und sehr viele Fans. Ich glaube so, ja, 200 Millionen und sehr viel Geld. Noch mehr Geld als jetzt. Und ich habe mal MMO entwickelt. Und die Unterhaltskosten waren mal so hoch, die haben 90% meines Geldes innerhalb von zwei Monaten verschlungen. So, ja. Es kann schon passieren, dass die Unterhaltskosten eines MMOs sehr hoch steigen. Also, ich bin jetzt nicht gut für... Wir haben doch alle. Oh mein Gott. Okay, Erweiterungen. Genau, jetzt können wir hier ein Add-on entwickeln für Zombie Gang. Das nennen wir jetzt... Äh... The Future. Ist natürlich gleiche Kategorie. Und... Ja gut. Wir könnten jetzt theoretisch das auch jetzt anders entwickeln, aber ich mache es erst mal gleich. So, und der Unterschied ist... Ja, wobei. Erst mal schauen, wie sich es entwickelt. Ja, eigentlich können wir es ja alles eigentlich so lassen, weil es hat sich ja als gut herausgestellt. Ist die Frage, ob das auch gut ankommt, wenn wir alles gleich lassen. Ich meine, wir haben ja vermutlich die Erfahrung für die Phase 2, vielleicht sieht die ein bisschen anders aus wie vorher. Mal schauen, wie viel hat das Spiel jetzt eingebracht? Joa, läuft. Und im Vergleich zu anderen Games, da die... Also, das Spiel... geht nicht einfach vom Markt, sondern man muss hier wirklich sagen... Hallo? Warum geht das nicht? Genau. Ähm... 80% einmal sehen, Dialoge sind vielleicht doch ein bisschen unwichtiger. Das heißt, wir können hier ein bisschen weniger optimieren. Oder überhaupt optimieren. Künstliche Intelligenz. Können wir leider nicht reinmachen. Egal. Und das Wichtige ist, wenn man MMO entwickelt, immer Spiele messen am laufenden Band zu machen. Bei Spiele messen tun die Verkaufszahlen immer pushen. Und das bedeutet, dass du immer wieder Geld machst. Irgendwann reicht das nicht mehr. Vor allem, wenn man dann immer schlechte Add-ons bringt. Aber... Ja. Also, das sind meine Erfahrungen. Ja. Genau. Der Markt hat sich wieder stabilisiert. Das dürfte auch aussieht negativ auf die Verkaufszahlen wirken. Aber man sieht, am Anfang hat das MMO hohe Unterhaltskosten gehabt. Dann sind die niedrig geworden. Und jetzt steigen sie langsam. Und die Einnahmen sinken. Das heißt, wir müssen jetzt ein gutes Add-on bringen, damit die Einnahmen wieder hochgehen. Ansonsten haben wir ein Problem. Ähm, genau. Ja, können wir eigentlich so lassen, wie es ist. Ähm, habe ich eigentlich jetzt eine große Kampagne gemacht? Ich weiß gar nicht. Warum kann ich das Spiel eigentlich nicht vom Markt nehmen? Äh, ist das ein Bug? Also, ich kann meine Konsole vom Markt nehmen. Aber meine MMO nicht. Äh, äh. Okay. Jetzt macht mir Sorgen. Weil, wenn ich das nicht vom Markt nehmen kann, kann nicht sein, dass ich pleite gehe. Kann sein, weil ich gerade ein Spiel entwickel und deswegen nicht geht. Beziehungsweise, weil ich gerade einen Add-on entwickel. Macht ja keinen Sinn, das Spiel dann vom Markt zu nehmen. Also, denke ich jetzt mal. Ansonsten kann man MMO jederzeit vom Markt nehmen. Was bedeutet, man bekommt keine Einnahmen, hat aber auch keine Unterhaltskosten. Also, die MMO ist wirklich auch das Einzige, was dann später quasi, wenn man wirklich hier Milliarden hat, wirklich theoretisch ins Minus ziehen kann. Theoretisch. Und praktisch auch. Weil wir machen ganz wenig Einnahmen und ich glaube, jetzt überdecken unsere Kosten sogar schon unsere Einnahmen. Es sieht jedenfalls fast so da aus und ich hoffe, dass bald eine Spielemesse stattfindet. Ich meine, selbst wenn es Add-on rausbringt, das sollte trotzdem ein bisschen knapp werden. Also, es kostet uns jetzt schon 1,4 Millionen und es bringt 2,3. Also, ja. Okay, der Bug ist gefixt. Oh, ein Bug hat sich noch eingeschlichen. Du böser Bug, du. Oh, genau. Okay, ähm. Ich weiß. Werden wir jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr erleben. Oder ihr jedenfalls. Ich werde vielleicht das noch ein bisschen privat hier weitermachen. Ah, okay. Das Erdern ist jetzt nicht so gut wie das Hauptspiel. Leider nicht. Aber es dürfte trotzdem die Verkaufszahlen ein bisschen hochpushen. Dann mal nochmal eine Spielemesse und mal schauen, wie sich das entwickelt. Ah, man sieht, die Einnahmen steigen sehr hoch. Also, es ist sehr hoch wieder. Allerdings hat eine großartige Bewertung. Was mich gerade interessiert, ist Forschung. Das will ich auch noch kurz zeigen. Wie sieht es eigentlich mit der Bewertung aus? Werden die dann gemischt? Also, wenn man jetzt einen Erdern bringt, werden die dann... Also, ich meine, ich sage nochmal, das Erdern hat einen 9 und das Hauptspiel eine 10. Ist dann die Bewertung 9,5? Oder... Das hätte ich vielleicht vorher mehr aufschreiben sollen. Wäre interessant. Ansonsten, ja. Wir machen wieder Geld und können das Spiel jetzt auf den Markt nehmen. Und die Spielemesse findet auch gleich statt. Ist halt die Frage, ähm... Ja gut, ich könnte nochmal... Ja, wir entwickeln nochmal ein MMO. Und zwar ein neues. Weil ich will noch was zeigen. Und ich glaube, damit beende ich dann auch die Folge, auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Warum man... Noch ein Nachteil von MMOs. Das will ich jetzt umgehen. Ich zeige es auch. Ich hoffe, da eine Nachricht kommt dann. Ufo. Der... Ufo Invasion. Fertig. Genre. Wenn man... Ufo ist gut für alle. Genre. Abenteuer nicht. Simulation. Strategie. Strategie ist gut. Und... Action. Oder Casual. Gut, dann machen wir Strategie und Action. Hoff ich. Ah, großartig. Perfekt. Da können wir leider nur die... Oh, unsere eigene Konsole nehmen. Die einen Marktanteil von 4,5... Äh, 11,5 hat. Oh mein Gott, warum sind die alle nicht für Strategie geeignet? Da müssen wir ein PC nehmen und die... Oh ja. Die Oh ja. Okay. Wir machen die E4-Engine wieder. Äh, die Grafik. Und... Genau. Engine machen wir mal auf 80. Äh, Gameplay auf 100. Story Quest können wir so lassen. Können wir ein paar... Richtig viele Features reinnehmen oder auch nicht. Doch können wir. Ich glaube, die Full Motion Technik ist das... Ja. Was ist in... Physik können wir da noch ein bisschen was reinmachen? Nee. Fähigkeitsbäume passen auch nicht mehr rein. Okay. Die Engine ist verteilt. Story Quest hat der Riki. Der Gameplay macht der Benjamin. Okay, das passt so. Och, jetzt wollen wieder alle in Urlaub. Kommt schon, Leute. Das können die mir doch nicht antun. Genau. Weil das will ich jetzt noch zu Ende bringen. Neues MMO. Und dann euch zeigen, warum ich jetzt noch eine MMO entwickle. Neues. Hoffentlich besseres. Man kann sogar theoretisch, theoretisch mehrere MMOs gleichzeitig laufen lassen. Äh... Boah. Ja, was denn? Äh... Gameplay. Es hätte ein bisschen früher erscheinen sollen. Ah, okay. Gameplay ist wichtig. Das heißt, Dialoge sind nicht wichtig. Das müssen wir uns merken. Genau. Und das ist hier das Wichtigste. Man muss permanent eigentlich Spiele messen machen. Damit die MMOs auch wirklich bewerbt werden, quasi. Und die Einnahmen steigen. Weil sobald du das Problem hast, wenn die Einnahmen niedriger sind als die Ausgaben, ist es fast wie ein Teufelskreislauf und den kriegst du kaum mehr gebacken. Ich spreche aus Erfahrung. Genau. Künstliche Intelligenz ist 84. Das, ähm... Ach, der Nordländer macht schon Dialoge. Passt. Level-Design passt. Los geht's. Große Kampagne. Mal schauen, wie viel hat denn das Spiel schon eingebracht? Schon... Ja, man sieht, die Einnahmen sind nicht so schön. Ich meine, hier hat es ein Gewinn von fast 90% und das hier so ungefähr 50%. Grob geschätzt. Grob geschätzt. Also tatsächlich, so MMOs haben halt, ähm... Standardmäßig höhere Einnahmen pro Spiel. Allerdings wegen den Unterhaltskosten, also wenn man da keine, sagen wir mal, MMOs entwickelt, die 9- oder 10er-Bewertungen im Durchschnitt haben, kann man da wirklich nicht viel Geld verdienen. Da finde ich ja normale Spiele im Vergleich schon, äh... Gewinnbringend. Okay, jetzt ist ein reines Ratespiel. Ja, klasse. Äh... Grafik 80, 80... 20? Ich hab keine Ahnung. Ich muss raten. Ähm... Realistisch wird der Post nicht rein. Ja, dann, ähm... Ja. Post nicht rein. Nee, dann müssen wir das schon so machen. Was ich eher bedenken hab, ist die, ähm... Ähm... Ja. Die wollen alle in Urlaub. Die sind erschöpft. Das wird problematisch wegen den Bugs. Und ich hab das ja schon mal in dem vorigen Video getestet, jetzt in der Let's-Play-Reihe. Wenn man jemanden im Urlaub schickt, der auch grad nicht aktiv in der Entwicklung dran ist, also der, wo ich grad nicht eine irgendeine Phase zugeteilt hab, dann, äh... Geht es trotzdem negativ in die Bewertung. Das ist schlecht. Das ist einfach, äh... Ja. Ich mein, was kann man Bug fixen, wenn die jetzt alle in Urlaub sind, nur einer zu die Bug fixest, die jetzt so dramatisch am Spiel, äh... negativ beeinflussen. Ich mein, die Bugs werden halt später gefixt, aber... Das ändert ja nicht, was die alle dann quasi schon geleistet haben. Ach, nö, jetzt... Ja, wie man sieht, ist unser MMO hier jetzt, ähm... Minus-Bereich. Die Kosten sind höher als die Einnahmen. Ich hoffe, das Spiel hier ist bald fertig. Ja. So. Los geht's. Neue Kombination, Menschen. Pass, 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 pass. Ähm... In den Urlaub schicken, in den Urlaub schicken. In den Urlaub schicken, in den Urlaub schicken. In den Urlaub schicken. Genau. Ah, klarer Strind zur Strategie. Wir wollen ja grad ein Strategiespiel machen. Und es hat schlechte Bewertung. Naja, mittelmäßig. Ach, nö, nö. Ja, klasse. Oh, je. Was hab ich diesmal falsch gemacht? Aber wenigstens, äh... Verlieren wir Fans. Oh, mein Gott. Wir können jetzt hier das Spiel vom Markt nehmen. Ja. Weil es keine Einnahmen mehr bringt. Und es wurde vom Markt genommen. Genau, darauf wollte ich mich, äh, 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 ähm, darauf hinaus, wenn man MMO entwickelt und man nimmt es einfach vom Markt und es gibt kein MMO vom gleichen, also vom gleichen Entwickler jetzt, dann verliert man Fans. Weil die sagen, hey, wir wollten es noch spielen, ihr habt uns keine Alternative zur Verfügung gestellt und dann kostet es Fans. Und das ist problematisch halt. Das Problem ist, äh, Ufo Invasion hier ist jetzt ein Verlustschlager und kostet uns jeden Monat Fans. Das ist auch nicht schön. Das heißt, ich würde sogar jetzt sogar schon vom Markt nehmen, wobei es die Frage... Ja, äh, ich weiß nicht, nee, das lohnt sich nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal vom Markt, weil es macht einfach keinen Sinn, weil es kostet uns permanent Fans 1,3 Monate. Ja. Genau, und das hat uns jetzt Fans gekostet. Mal schauen, ob im nächsten Wochen das erscheint. Oder auch nicht. Hä? Also, wenn ich es richtig erinnere... Ah, okay, Strategie ist schlecht, das stimmt in der Plattform nicht überein. Mit unserer Plattform, die wir, äh, entwickelt haben, ansonsten stimmt alles überein. Interessant. Ja, daran konnte ich jetzt nichts ändern. Aber, genau, aber, ja, hier sind die Fans ein paar enttäuscht, dass wir halt kein MMO zur Alternative haben. Aber ich meine, früher hat es immer Fans gekostet, aber anscheinend hat es uns jetzt gerade keine Fans gekostet. Naja. Wie dem auch sei, ähm, damit beende ich jetzt auch die Let's Play Reihe und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt auch die MMOs in allen Formen gezeigt, im Sinne von, äh, wie macht man mit denen Geld? Wie machen wir mit denen kein Geld? Wie kosten die einem Geld? Und... Und... Natürlich habe ich auch jetzt die zwei neuen Räume gezeigt, das habe ich ja auch, äh, versprochen. Und... Und ist die Frage jetzt, was ich danach mache? Ich meine... Kann sein, dass ich mal wieder ein, zwei Wochen Pause mache. Also, dass da keine neuen Videos von einem neuen Spiel kommen. Ich muss erst überlegen, welches. Ich habe schon mehrere in der Auswahl. Aber ich habe halt schon gemerkt, wenn man... Wenn ich meine Videos anschaue, man hört halt ab und zu auch, ähm, das Klicken der Maus oder das Tippen der Tastatur. Und dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, die ich mir hintergelesen habe. Man kann halt ein Noise Gate verwenden. Das gibt es sogar bei Ops-Funktionen, habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Leistere Tastaturen und Maus, wobei das jetzt auch nicht so ideal ist, weil die machen ja auch Geräusche. Ähm, ja, ein Mikrofon, das damit umgehen kann, dynamisch ist, was so um die 100 Euro plus kostet. Also, ganz schön teuer. Da sind ein paar... Also, ich habe in dem Let's Play-Forum gelesen, da wurden ein paar empfohlen, die 200 aufwärts kosten. Ist ja auch halt schon eine ganz schöne Stange Geld. Ich meine, klar. Also, ich könnte es ja schon theoretisch leisten. Das Problem ist halt, wenn es ein Fehlgriff ist, dann sind halt 200 Euro jetzt einmal aus dem Fenster geschmissen. Was jetzt auch nicht so schön ist. Und ja, ich werde noch ein bisschen experimentieren, wie ich da jetzt vielleicht auch ohne ein neues Headset... Weil ich meine, ich bin mit dem eigentlich jetzt so zufrieden. Jetzt noch meine Video-Qualität verbessern kann. Vielleicht kann ich doch irgendwie mit ein neues Headset verwenden oder halt irgendwie eine Tastatur und eine Maus kaufen, die halt leiser ist. Die vielleicht sogar dann angenehmer nicht zu hören ist in dem Sinne. Muss ich am besten schauen und... Ja. Gut, dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.